Willkommen bei Pre-Sales Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Software-Vertrieb. Jan, welches Thema hast du uns heute mitgebracht? Ja, ich habe da für alle, die auf YouTube sind, auch das passende T-Shirt dazu angezogen. Wir starten nämlich eine kleine Podcast-Reihe, die Rest in Peace Feature-Function-Shotgun-Reihe. Und heute gucken wir uns mal an, warum diese Shotgun so beliebt ist im B2B-Vertrieb und warum es eigentlich eine gute Idee wäre, sich schnellstmöglich von ihr zu trennen. Alles klar, und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich bin Tim. Ich bin Jan. Als Pre-Sales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Pre-Sales-Performance zu entfesseln. Für höhere Win-Rates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Rolle. So, mein Lieber, wir haben uns ja gefühlte zehn Stunden nicht mehr gesehen. Ja, ich habe dich auch schon ganz vermisst. Ich sehe, du sitzt hier in deinem blau-LED-beleuchteten Grab. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut, du hast recht. Meine Lichtsituation ist immer nicht so geil. Deswegen mache ich hier immer die Rolladen runter und mache meine Elgato-Keylights an. Er fühlt sich immer so ein bisschen als Seichen zum Raumschiff. Aber fürs Licht ist es einfach besser. Ja, du magst ja Raumschiff. Was ist denn die letzten zehn Stunden passiert? Gibt's irgendwas Spannendes zu berichten? Ich hab House of Gucci geguckt gestern Abend. Der hat auf IMDb, ich weiß nicht, wer IMDb kennt, das ist so eine Datenbank für Filme. Da schaue ich immer nach, was sich so lohnt und was nicht lohnt. Und der Schwellwert, den ich für mich so erkannt habe, wenn ein Film bei IMDb über sieben Punkte hat, also die haben so eine Skala von eins bis zehn. Wenn der über sieben ist, dann empfinde ich die meistens auch als sehenswert. Manchmal schweift es ab, manchmal nicht. In dem Fall schweift er es tatsächlich ab, weil der Film hat eine 6,6. Ich fand den aber wirklich sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Und fand den auch spannend. Also hat mir gut gefallen. Die Cast ist brutal. Also Adam Driver ist sowieso so ein Schauspieler, den ich extrem gerne mag. Ja, also sehenswert. Also ich freue mich krass für dich, dass du mal wieder dir die Zeit genommen hast, ein bisschen was Persönliches zu tun. Nämlich in dem Fall einen Film zu gucken. Weil ansonsten ist er nämlich 24-7 am Arbeiten. Deswegen freue ich mich besonders, wenn er sich mal Zeit für sich nimmt. Und du hattest eine 6,6. Ich hatte eine 3,3. Ich bin nämlich gerade auf der Suche hier bei uns nach einem Augenarzt. Und ich gehe dann immer googeln und gebe halt einen Augenarzt, Obersontheim, so da wohne ich halt. Und dann kommen so zwei und die sind da so im Nachbarkaf in Schwäbisch Hall. So 3,3 durchschnittliche Bewertungen. Und ich gucke dann diese Bewertungen natürlich an. Man sollte es nicht tun. Und eine, die fand ich besonders unterhaltsam, weil da hat dann einer geschrieben, ja, ich bin da hingekommen und wollte zur Frau Dr. So und So. Und dann saßen da irgendwie 20 Leute im Wartezimmer und auf dem Flur. Und er hat nur noch einen Stehplatz bekommen. Und er wurde dann nochmal weggeschickt, obwohl er quasi sechs Wochen Wartezeit für diesen Termin hatte. Und irgendwann ist er dann zu einem Arzt gekommen. Also gar nicht zur Frau Dr., sondern zu irgendjemand anders. Der hat sich ihm auch nie vorgestellt, dass er weiß bis heute nicht, wie der heißt anscheinend. Und der hätte ihn dann so unfreundlich schon begrüßt, dass er eigentlich nach dem ersten Satz schon wusste, also hier bin ich eher unbeliebt und glaube, ich muss auch nochmal kommen. Und dann waren die so im Dialog zu seinem Augenthema. Und irgendwann hat er dann eine Frage gestellt. Und dann hat der Arzt zu ihm gesagt, bitte hören Sie auf, mir Fragen zu stellen. Sonst platzt mein Kopf. So und dann hat er in seinem Review geschrieben, das wollte er natürlich tunlichst vermeiden, dass der Kopf platzt und er wäre dann gegangen. Und ich habe jetzt so ein bisschen Angst, zum Augenarzt zu gehen. Hashtag Customer Experience, würde ich mal sagen, oder? Hashtag Customer Experience. Also es kommt durchaus auf Kleinigkeiten an. Es kommt durchaus auf Planung an. Und wie man dann die Menschen behandelt, ob es hinterher gute Bewertungen gibt. Aber ich muss sagen, ich bin unterhaltsam auf jeden Fall, diese Google-Rezession. Und ja, die Suche läuft nach wie vor. So, jetzt bin ich mal gespannt auf deinen Übergang hin zu Feature-Function-Shotgun. Das kriegst du jetzt bestimmt total geschmeidig hin, oder? Ja, also nee, krieg ich nicht hin, aber ich erzähle einfach das, was ich im Teaser schon gemacht habe. Wir beide, wir zelebrieren die Feature-Function-Shotgun ja schon sehr lange und nutzen das als Metapher und Anekdote und so weiter in unseren Kunden-Engagements auch. Und dann haben wir überlegt, ja, lass uns doch mal zur Feature-Function-Shotgun eine Sonderreihe machen, weil die so allseits beliebt ist im Vertrieb, weil, weißt du, sie ist so ein geschmeidiges Ding. Man kann sie sehr leicht laden und man kann sie sehr leicht abfeuern auf seine Kunden sozusagen. Die Feature-Function-Shotgun, wir müssen erst mal erklären, was das überhaupt ist. Also es hat überhaupt nichts mit Gewalt zu tun und es stirbt auch keiner, zumindest nicht körperlich. Ja, genau. Und da habe ich vielleicht eine schöne, also du hast ja gerade gesagt, das ist eine Metapher am Ende. Und jeder, der den Film gesehen hat, Predator. Arnold Schwarzenegger, Ende der 80er Jahre irgendwann. Also richtig geiler Film, meiner Meinung nach jedenfalls. Und da ist eine wunderbare Szene drin, die eigentlich die Feature-Function-Shotgun perfekt visualisiert. Weil da sind die da in so einem Dschungel, also ohne jetzt zu sehr auf den Film einzugehen, aber die sind da irgendwie zu fünft oder sechst in diesem Dschungel und werden gejagt von einem Außerirdischen. Und der ist aber unsichtbar und deswegen sind sie alle sehr paranoid und getriggert. Und dann gibt es einmal so einen Moment, wo dieser Außerirdische auftaucht und dann packen die ihr komplettes Arsenal aus. Du hast gerade gesagt, es geht nicht um Gewalt. Ja, es ist, aber am Ende ist natürlich die Shotgun schon irgendwo eine Waffe. Und der packt ja, also der Arnie packt seine Gatling aus, der andere sein Maschinengewehr, der andere irgendwelche Granaten, whatever. Und die ballern auf diesen Außerirdischen, der da vermeintlich irgendwo vor ihnen im Dschungel steht. Und die verblasen ihre gesamte Munition. Und am Ende trifft halt eine einzige Hülse, trifft sozusagen den Außerirdischen, obwohl sie wahrscheinlich Zehntausende oder noch mehr verballert haben. Und das ist eigentlich ein schönes Bild, weil das genau verbirgt sich ja dahinter. Wir ballern die Features raus und dann macht es halt 99 mal Ping und nur einmal Pong. Und eigentlich wollen wir nur Pong, weil Pong bedeutet, der Kunde treibt es überhaupt mal um, was wir da erzählt haben. Der Dschungel ist weg und jetzt übertragen auf den B2B-Vertrieb, was du gerade gesagt hast. Also im Prinzip, wir beschießen den Kunden mit sämtlichen Features und Funktionen, die unsere Lösung eben hat. Und es ist für mich immer so ein bisschen das Prinzip Hoffnung. So eines Tages werde ich mal einen Treffer landen und dann wird der Kunde vor Freude eben schreien, weil genau auf dieses Feature oder auf diese Funktion hat er eben gewartet. Und warum das eine schlechte Idee ist, hast du ja gerade schon sehr bildlich veranschaulicht, weil die Realität ist natürlich, der Kunde ist ultra genervt, er ist enttäuscht, er kommt keinen Schritt weiter in seiner Kaufentscheidung. Und die ganz schlechte Nachricht für dich ist, du bist raus. Weil du holst den Kunden nicht da ab, wo er ist. Du gibst ihm nicht das, was er braucht. Du machst aber eben vermeintlich das, was dir am leichtesten fällt, nämlich über deine nutzlosen Features zu reden. Und in dieser Sonderreihe in unserem Podcast Rest in Peace Feature Function Shotgun wollen wir mal so ein bisschen diesen Approach hoffentlich endgültig beerdigen und stattdessen einen kundenzentrierten Ansatz fahren, der Relevanz schafft und tatsächlich Mehrwert bietet. Und darum geht's. Und jetzt müssen wir mit dem Problem natürlich anfangen und mal hier ein bisschen drüber reden, warum die Leute zu viel über Features reden. Also, was das Problem ist, haben wir ja gerade angesprochen. Es wird eben zu viel darüber geredet. Und am Ende bist du in einer Sales-Hoc unterwegs wie in so einem Hamsterrad. Du strammelst dich den ganzen Tag ab und ballerst da deine Features raus und kriegst dafür aber überhaupt keinen Ertrag. Und für alle, die bis hierhin, weil du auch natürlich das Predator-Beispiel gebracht hast, jetzt noch sagen, ist mir immer zu aggressiv oder zu gewalttätig, haben wir noch eine Alternative. Man kann es sich auch so vorstellen, dass du so einen schönen, vollen Teller Spaghetti Bolognese nimmst und deinem Kunden so ins Gesicht wirfst. Und dann läuft es da so runter, die ganzen Spaghetti. Und eine bleibt vielleicht so an der Lippe hängen und sagt, Ah, die schmeckt aber gut. Also, da ist das eine Feature, was dem Kunden schmeckt. Aber man kann sich dieses Bild ja vorstellen. Also, ist auch nicht erstrebenswert. Und damit hoffe ich, ist die Problemstellung so ein bisschen klar. Und ich treffe so viele Leute. Wir treffen auch so viele Kunden. Wir gucken uns so viele Webseiten an von den Kunden. Und ich glaube, jeder stimmt zu und sagt, ja, wir müssen kundenzentriert sein. Ja, wir müssen Mehrwert verkaufen. Ja, wir müssen einen guten Ansatz haben und relevant für den Kunden sein und ihn da abholen, wo er steht. Und das, was wir beide aber in unserer täglichen Arbeit sehen, ist, alle sind sich einig, das ist der richtige Anspruch. Aber die Execution, die lässt immer noch stark zu wünschen übrig. Und wir treffen viele frustrierte sozusagen Kunden von unseren Kunden, weil die sagen, ja, ich weiß hier gar nicht, woran ich bin und ich habe immer noch nicht das gefunden, was ich brauche. Also, es gibt auf jeden Fall hier einiges zu tun, auch wenn wir hier mit lustigen Bildern arbeiten. Also, ich habe jedenfalls gerade schon wunderbare Ideen bekommen, wie der Thumbnail für das Video aussehen wird. Ja, Tim ist unser Thumbnail-Gey. Aber jetzt lass uns mal, also jetzt haben wir mal so diese Problemstellung skizziert. Ich hoffe, der eine oder andere, die eine oder andere findet sich auch wieder. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück. Was sind denn so diese klassischen Symptome, die man in so einer Vertriebsorganisation findet, wenn dieser Feature-Function-Shotgun-Approach zu stark gefahren wird? Hast du eine Idee? Also, du hast ja tatsächlich fünf mitgebracht und mir fällt noch ein sechster ein und die würde ich tatsächlich sogar als erstes anführen, dass wir nämlich einfach zu krass verliebt in unsere Technologie sind. Wir haben ja auch ganz oft im Sales Engineering Leute, die vielleicht einen technischen Hintergrund haben, die vielleicht sogar aus der Projektimplementierung kommen, die einfach die Software in- und auswendig kennen, was Fluch und Segen zugleich ist. Und Fluch in der Hinsicht, wenn ich halt alles weiß, dann tue ich mich vielleicht auch manchmal schwer, aufzuhören zu sprechen und mir zuzuhören. Und wenn ich es also nicht schaffe, diese Verliebtheit in meine eigene Technologie zu zügeln und auch wirklich begeistert davon bin, was ich da zeige, was ja erst mal was Gutes ist, aber ohne sicherzustellen, dass der Kunde halt das auch relevant findet, dann schießt es halt ins Nichts. Und das wäre vielleicht mal Grund Nummer eins. Ja, der gefällt mir sehr gut. Und wie du sagst, Fluch und Segen. Ich glaube, es ist halt auch das Einfachste, weil das ist das Erste, was du sozusagen lernst. Wenn du da in so eine neue Company kommst, dann erklären die dir mal das Produkt und da fühlst du dich sicher und da bist du auch begeistert davon, dass ja was Gutes, dass du von deiner eigenen Lösung begeistert bist. Und das bringt es dann zum Punkt zwei. Wenn ich da den zu hohen Fokus drauf habe, dann ist vielleicht das Problemverständnis, also was mein Kunde sozusagen tatsächlich als Problem hat, ist vielleicht ein bisschen zu gering, ist nicht stark genug ausgeprägt. Wir beschäftigen uns zu wenig mit den Problemen, die unser Kunde wirklich hat. Und dann sind wir natürlich auch nicht imstande, ihm dafür einen passenden Lösungsvorschlag anzubieten, der mit unseren ganz vielen tollen Features vermutlich auch möglich wäre. Aber es kommt dann eben auch ein bisschen darauf an, wie ich das Ganze relevant mache, rüberbringe und sozusagen mit der Problemstellung des Kunden verbinde. Und damit schlittern wir schon in das nächste Unheil rein, weil es gibt dann einfach zu viel schlechte, teilweise schlechte, teilweise gar keine, Qualifizierung oder Discovery. Und wenn mir das Problembewusstsein fehlt oder gar das Problemverständnis und ich dann in der Qualifizierung und in der Discovery nicht anfange, gegen dieses Problem mal zu arbeiten und das abzufragen und zu discovern, ja, dann stehe ich ja immer noch da und sage, ja, ich habe hier immer noch meine 150 geilen Features, so, die ballere ich mal raus. Und irgendeins wird schon treffen. Ja, aber wenn halt das 149. erst das Richtige ist, bis dahin kommst du gar nicht, bist du nämlich schon raus. Ja, also so, das hängt für mich auch immer so ein bisschen zusammen, das Verständnis für die Probleme, für die Situation des Kunden und das dann in der Qualifizierung und Discovery auch entsprechend zu spielen. Ja, also insbesondere ist das halt, ich sage mal, eher im komplexeren Enterprise-Vertrieb eben das Problem, ne? Wenn ich jetzt eine super spitze Lösung habe und mein ICP kristallklar formuliert habe, genau weiß, welche Person ich damit anspreche, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch hoch, dass vielleicht mein Standard-Feature-Set, was genau auf diesen Anwendungsfall ausgerichtet ist, gut resoniert, ohne dass ich jetzt eine ewige Qualification-Discovery machen muss, ne? Weil einfach irgendwie für 90 Prozent der Person aus da draußen lösen wir genau das Problem. Aber da sind wir halt eher in so einem sehr kleineren Ticket-Bereich unterwegs, da sind wir in einem sehr spitzen Anwendungsfall unterwegs, wo ich mir die tiefe Discovery vielleicht gar nicht brauche. Da gibt es dann wahrscheinlich auch keine Sales-Engineers, ne? Aber in dem Moment, wo du eine gewisse Komplexität hast, trifft einfach genau das zu, was du gerade gesagt hast, ohne dass wir genau verstehen, was den Kunden umtreibt, wird dann auch die, ja, die Features werden ins Leere laufen. Und nur mal ein kleines Beispiel zu geben, ich habe vorgestern, habe ich mit einem anderen Pre-Sales-Leader gesprochen, und die haben so ein breites Portfolio und die gehen so in Richtung Demo-Automation und die haben jetzt mit ihrem Team, das sind so wie fünf, sechs Leute im Team, die haben 190 Zwei-Minuten-Videos aufgenommen, einfach nur um die Bandbreite der verschiedenen Software-Komponenten abzubilden. So, ich sage, also wenn du so viel allein schon an Use-Cases hast, ja, also, wo fängst du da halt an, wenn du eine Software-Demo machen willst? Also, ja. Ja, und selbst bei einfachen Produkten halte ich es für keine gute Idee, direkt quasi mit deinem Feature-Set zu starten, weil dann hast du vielleicht auch mehr Competition und so weiter, und dann musst du trotzdem das mit dem Kunden massieren, ja, wir wollen dieses Business-Problem lösen, so, und das hat einen negativen Impact für dich, wenn es heute da ist, und das sind die Auswirkungen, und dann muss ich da drauf aufbauen, dann kann ich sofort die Features rausballern, dann bin ich auch ultra vergleichbar, also, wie unterscheide ich mich denn dann, ne, also, klar, je komplexer, je mehr Enterprise, desto stärker, glaube ich, wirkt es, aber auch bei den einfachen Dingen, also, gelten aus meiner Sicht schon ähnliche Regeln, und dann bin ich ja bei der Kommunikation, ne, also, ein weiteres Symptom, warum hier so viel diese Feature-Function-Shotgun dann zutage kommt, ist einfach schlechte Kommunikations-Skills, so, wir stellen keine oder eben die falschen Fragen, ja, und dringen halt nicht zum Kern, des Problems vor, und wir bieten dann auch keinen Mehrwert in unserer Kommunikation, ne, wenn wir keine vernünftige Qualifizierung und Discovery machen, wo wir mal inhaltlich reden, das Problem mal massieren, und unsere Erfahrungen mit reinkippen, und dem Kunden was an die Hand geben, was eben in die Richtung geht, dass seine Welt mal besser wird, sondern nur diese Features ballern, ja, dann ist der Kunde lost, so, und dann kommt er seiner Lösung auch keinen Schritt näher. Ja, und was, also hier die Fähigkeit, die dahinter steht, die man braucht, um das halt gut zu machen, ist im Prinzip so dieses investigative, wie so Sherlock Holmes, ne, das ist, du fragst jetzt so, was ist Ihnen wichtig bei der Einführung eines neuen CRMs? Ja, wir brauchen die Transparenz, so, ne, dann kommen wir zu dem Beispiel, das hast du schon einige Male hier, glaube ich, gebracht mit dem, mit dem Fünfmal warum, weil wenn ich jetzt anfange, Transparenz als Guiding, äh, als, als Antwort schon zu akzeptieren und dann zum nächsten Thema gehe, was kann ich denn dann zeigen? Ja, ein buntches Dashboard, wo irgendwelche KPIs draufstehen, aber ob die jetzt den Kunden hinterm Ofen vorlocken, sei mal dahingestellt, ne? Also, wirklich mal vorzudringen, wo eigentlich das Problem liegt, ist, ist die Grundvoraussetzung, um dann bei einer Feature-Demonstration den Fokus auf den Mehrwert zu setzen, statt auf, guck mal, hier kann ich klicken und hier ist ein buntes Dashboard. Ja, genau, und ein weiteres Symptom für die, für die, für die Shotgun ist, du hast dann keine Idee für einen eigenen Pitch, so, und du hast kein Storytelling, sondern du sagst halt, ja, wir haben ja unser 360-Grad-Dashboard, das ist total bunt und da kann man draufklicken und dann wird es noch bunter. So, aber wo ist denn da der Mehrwert? Also, wenn ich die ganzen Sachen, die wir vorher schon gesagt haben, dann, ja, dann habe ich halt so einen Standard-Pitch und dann sage ich halt, ja, gucken Sie mal hier, unsere tollen Funktionen, wir zeigen Ihnen das mal und in dem Moment ist der Kunde auch schon eingepennt, ne? So, und, ja, und dann bist du eben genau an der Stelle, diese Symptome summieren sich dann dazu, dass du diesen Feature-Function-Pitch und die Feature-Function-Demo machst und dann braucht sich auch keiner zu wundern, warum wir die Kunden nicht closen, ja, und warum unsere Conversion-Rate so scheiße ist, ja, so, und warum der Kunde angepisst ist. Vielleicht hier auch nochmal ein ganz konkretes Beispiel, wir haben das sehr ausführlich in, ich glaube, vor zwei Wochen oder drei Wochen die Folge, wir haben uns da diese vier Demos angeguckt und haben die gerostet da auf der Artist, da haben wir ja mal so ein Fazit gezogen und was da halt durchgängig das Thema war, weil du sagst gerade Storytelling, keiner von den vier Demos, die wir uns angeschaut haben, haben mal am Anfang gesagt, ich bin übrigens jetzt Persona XYZ und meine Aufgabe ist folgendes, also einfach nur so eine kleine Anmoderation von dem, was wir jetzt gleich erwarten können, das würde schon so einen massiven Unterschied machen, hat keiner von diesen Leuten gemacht, sofort wurde in die Software reingesprungen und hier kann ich das machen und hier kann ich das machen, so, ja, wer bin ich eigentlich und was will ich hier tun? Also, dabei ist es so einfach, es ist nur ein Satz. Ja, und da drüben ist auch so ein roter Knopf und wenn Sie den drücken, dann kommen alle Features auf einmal. Dann fliegt alles in die Luft. Ja. So, jetzt haben wir über Symptome geredet und also ich, heute so, der erste Teil von dieser Reihe ist, glaube ich, wir kotzen uns mal ein bisschen aus, muss man auch dazu sagen. Danke, dass du immer wieder versuchst, konstruktiv zu sein, aber wir müssen mal, also wir müssen mal hier das Spielfeld auch abstecken und jetzt haben wir über die Symptome geredet und jetzt lass uns mal ein bisschen Ursachenforschung machen. Also, welche Ursachen gibt es denn bei uns in der Sales-Organisation, dass überhaupt diese Symptome zutage treten? So, und da finde ich, muss man ganz klar sagen, wenn das, wenn diese Symptome in deiner Organisation vorhanden sind, dann fehlt der Fokus im Management. Aber ganz klar, so, dann hat da keiner mal gesagt, wir wollen wirklich kundenzentriert sein, wir wollen wirklich Value machen und wir bauen die ganzen Strukturen, Prozesse und Assets auf, die wir brauchen, um das tun zu können. Also, damit fängt es für mich an. Wenn da oben der Fokus fehlt, dann hast du wirklich ein Riesenproblem. Ja, genau und also, ich kann es vielleicht noch ein bisschen bunter machen, weil der Fokus ist ja ganz oft im Software- und IT-Umfeld, gerade wenn wir im Venture-Capital-Bereich uns umtreiben, dann gibt es Stakeholder, die wollen Pipeline, die legen Wert auf bestimmte KPIs, die schauen, okay, wie viel Pipeline haben wir generiert, was ist die durchschnittliche Abschlussrate, alles klar, also vorne mehr rein, damit hinten mehr rauskommt. So, und dann hast du natürlich irgendwie so diesen Zahlendruck auch, wie viele Termine haben wir gebucht, wie viele Demos haben wir gebucht und dann wird das immer so an solchen KPIs festgemacht, ohne halt auf die zugrunde liegende Qualität zu schauen und ich glaube, an vielen Stellen fehlt es da auch an so einem Basisverständnis, wie eigentlich Vertrieb funktioniert, weil du kannst es nicht nur aufgrund von KPIs aussteuern, wenn du die Qualität dabei ignorierst und das sorgt dann dafür, dass man einfach sagt, ja komm, wir stellen jetzt einfach nochmal fünf mehr Vertriebler ein und nochmal zehn mehr SDRs und füllen die Pipeline, aber tatsächlich geht es einfach komplett nach hinten raus und dann machen die Leute, wofür sie inzentiviert werden und dann läuft es auf solche Sachen hinaus, dann ist es halt irgendwie Masse statt Klasse. Ja, das ist wie die Shotgun, viel hilft viel. Ja, genau. Also, natürlich nicht so. Also, ich finde, da fängt es im Management, in der Führung, fängt es auf jeden Fall an. Da brauchst du Leute, die eben ein bisschen Gehirnspalz da reinstecken und wenn du das nicht hast, dann hast du danach natürlich auch keinen kundenzentrierten Ansatz. Da passieren solche Sachen, wie du es gesagt hast, viel hilft viel, vorne irgendwie Leads, Adressen einkaufen, whatever und versuchen, die Leute da durchzunudeln und irgendeiner wird schon Ja sagen. Aber dann hast du halt Conversion Rates, die sind jenseits von Gut und Böse und auf Dauer wird es auch nicht gut gehen, weil irgendwann wird der Kunde merken, dass er nicht im Mittelpunkt steht, sondern dass wir versuchen, unsere Features durchzudrücken und in der heutigen Zeit wird es nicht mehr funktionieren. Also, da kannst du tun, was du willst, mittel- und langfristig, kein guter Ansatz. Und es fängt ja ganz vorne an. Also, wenn ich in der Führung und im Management einfach keinen Plan habe, der in meiner Organisation sozusagen auch exekutiert wird, dann guck dir das Onboarding und das Enablement an. Dann kommen die Leute da rein, dann kriegst du schon hier deine komischen KPIs, dann bist du getrimmt auf diese KPIs, dann machst du Sales bei Complan und versuchst halt da möglichst irgendwie viel für dich rauszuholen und menschlich vollkommen nachvollziehbar. Und im Onboarding kriegst du halt die Features erklärt. Da kriegst du diese Schrotflinte übergeben mit einem riesen Patronengurt, kannst du immer nachladen und weiterfeuern und wirst dich immer noch wundern, warum halt du so wenig abschließt. Und wenn ich im Onboarding und im initialen Enablement und auch kontinuierlich ist das aus meiner Sicht ein Thema, es nicht schaffe, dieses Problembewusstsein in den Vordergrund zu stellen, die richtigen, echten Use Cases meiner Kunden, meiner Branche, meiner Industrie da irgendwie auf die Reihe zu kriegen und dann eben meine Features und meine Demo und das ganze Gedöns da hinten anzustellen, ja, dann züchte ich mir natürlich auch genau diese Leute, die da draußen Features ballern. Ja, das ist das, ich habe dazu vor, vor einigen Wochen habe ich mal so einen LinkedIn-Post gemacht, das war so ein bisschen meme-artig, auf der linken Seite das Onboarding, was ich mir gewünscht hätte als Sales Engineer und habe da einige Sachen draufgeschrieben, klar, und Technologie und Produkt gehörte dazu, aber da stand halt auch so was wie Copywriting, Storytelling, Präsentationsfähigkeiten, Körpersprache und whatever, also ganz viele, ganz viele Sachen oder Business Acumen und solche Sachen und auf der rechten Seite das Pre-Sales Training, was ich wirklich bekommen habe, Produkt, so und also da kann ich ja auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, bei jedem einzelnen Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, war das Produkttraining durchaus gut und vorhanden, vor allen Dingen und gerade bei den Companies, die, ich sag mal, sich so bis 2000, bis 3000 Mitarbeiter bewegen, war alles andere komplett unterbelichtet, also Discovery Training, gutes Demo Training, eben die ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, gab es nicht und da kommen dann tatsächlich solche Aussagen, wir haben ja hier und da auch wieder Gespräche mit so Head of Enablements, wir haben Gespräche mit anderen Pre-Sales-Führungskräften und die frage ich dann auch immer, wie sieht denn bei euch so das Onboarding aus und die Antwort, die ich dann bekomme, gerade bei diesen mittelgroßen Scale-Up-Unternehmen ist, ja, wir machen das, wir machen das, die Weiterbildung gestalten wir selber, also da gibt es gar keine dedizierten Programme für diese, für diese, für die Rolle, und, ja, und dann braucht man sich nicht wundern, dass man da die, die Demo-Dödel heranzüchtet, wenn man nur den Fokus auf die Produkt-Enablement-Seite legt. Ja, die Demo-Dödel mit durchgeladener Feature-Shotgun. Genau, und jetzt kommst du zu einem weiteren, weiteren Thema, also, ich kann vorne schon mal viel richtig machen, weil ich eben gutes Onboarding habe und mir diese ganzen Gedanken gemacht habe und eben die Leute darauf ausbilde und trainiere, dass ich wirklich, wirklich kundenzentrisch bin, dass ich wirklich in Value denke und dass ich einen ganz anderen Dialog mit meinen Kunden hinbekomme, aber das ist auch eine kontinuierliche Sache, also wenn diese, diese Symptome stark sichtbar sind, dann glaube ich, fehlt es auch an kontinuierlichem Coaching, also, dass ich mich immer wieder hinsetze mit meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und gucke, wie läuft das gerade, wo bist du gerade, mir die Calls anhöre, mal mit reingehe und dann ganz punktuell sage, guck mal, hier ist vielleicht was aufgefallen und hier, lass uns nochmal drüber reden und so, was fehlt noch, was brauchen wir noch, also dieses, dieses Coaching oder Mentoring oder nenn's wie du's willst, auf jeden Fall die kontinuierliche Betreuung meiner Mitarbeitenden, glaube ich, fehlt eben auch ganz stark, wenn diese Symptome vermehrt auftreten und ist auch klar, weil die Führungskräfte sind ja genauso getrimmt und geschult, die haben dann gleich zwei Schrotflinten in der Hand und laufen auch noch beim Kunden rum und schießen wild um sich, anstatt sich halt mal um die Mitarbeitenden zu kümmern und halt dafür zu sorgen, dass sich nachhaltig auch was verändert. Ja, genau, dazu haben wir ja auch schon mal gesprochen, warum dein Chef keine Demos machen sollte, da haben wir das mal so ein bisschen auseinandergenommen, was eigentlich das Verständnis von einer Führungskraft im Pre-Sales sein kann, also haben wir jetzt da die ultimative Wahrheit, ja, wahrscheinlich nicht, aber zumindest haben du und ich da schon eine starke Meinung dazu, was so eine Führungskraft eben im Pre-Sales leisten kann und was sie nicht leisten kann und vielleicht auch nicht sollte und klar ist natürlich auch, wenn ich irgendwie zu 80 Prozent meiner Führungskraftzeit daran verbringe, operativ auf Opportunities zu arbeiten, dann finde ich keine Zeit mehr, mir Recordings anzuhören, dann finde ich keine Zeit mehr, mit meinem Team Dry Runs zu machen und so weiter und klar, und dann ist es also einerseits mal, die Zeit überhaupt erstmal zu finden und andererseits ist es aber auch das Verständnis von Führung, so, also sehe ich mich überhaupt als Coach für mein Team und wie du sagst, ich meine auch im Pre-Sales ist es ja durchaus so, ähnlich wie im Sales, dass die Leute promotet werden, die höchst performanten Individual Contributor sind und manchmal ist das keine so gute Idee, weil nicht jeder, der ein guter Pre-Sales ist, ist auch gleichzeitig eine gute Pre-Sales-Führungskraft, kann sein, muss aber nicht und da, auch dafür einfach dieses Bewusstsein zu haben, da fängt es ja auch schon bei der Person da drüber an, wen promote ich eigentlich und dann kommst du halt zu einem Punkt, wo Coaching vielleicht gar nicht so ein Fokus im Bewusstsein der Leute ist, der Führungskräfte und dann geht es natürlich unter und dann bleiben wir genau in dieser Feature-Function-Loop, über die wir uns ja hier schon wunderbar auslassen. Ja, und die letzte Ursache, die mir aufgefallen ist, ist letztendlich, dass es kein vernünftiges Governance-Model gibt, also es gibt dann meinetwegen Sales-Forecast-Cords, da geht es immer nur darum, wann kommt der, wann kommt der, mit wie viel kommt der, da geht es aber auch nie um, also mag ja auch sein, dass es im Fokker's Call okay ist, aber es geht da nie um Qualität, es wird da nie mal irgendwie so Lessons learned gemacht und mal irgendwie reviewed und mal geguckt, treffen wir den Nerv, kommen wir bei den Kunden gut an und kriegen wir die Dinge dann auch zum Abschluss, also dieser, auch da in der Governance, das Thema Qualität geht vollkommen unter und dann bin ich nach wie vor an meinem alten Trott drin, so und da muss ich halt auch wieder sagen, da fängt es halt mit Management und mit der Führung an, also es hat einfach einen riesengroßen Impact, ob du es schaffst, da vernünftige Strukturen und vernünftige Kommunikation und so weiter in deiner Sales-Org zu implementieren, ansonsten braucht sich auch keiner zu wundern, dass die Kunden in Deckung gehen, ja, das ist auch klar. Ja, und vielleicht auch hier noch ein ganz konkretes Beispiel, wo man das so wunderbar festmachen kann, du sagst Qualität, ein schönes Qualitätsmerkmal, wenn ich jetzt irgendwie mir so eine Opportunity angucke, ich habe die in CM gelockt, whatever, und dann steht da sowas drin, ja, hier habe ich einen Coach, so, da steht also dann Person drin, vermeintlich ein Kontakt beim Kunden, der ist da als Coach gemarkt, weil wir irgendwie für uns erkannt haben, unsere Deals funktionieren besser, wenn wir einen Coach haben, so, jetzt fangen an die Vertriebskollegen und vielleicht auch manchmal die SEs, dort Namen einzutragen und dann steht da jemand und ganz oft habe ich erlebt, dass dort dann Personen eingetragen werden, die einfach grundsätzlich offen sind, mit uns viel zu sprechen, also jemand, der gerne ans Telefon geht, jemand, der mit uns die Meetings annimmt, jemand, der mit uns spricht und so weiter, aber ob die Person wirklich, wenn wir nicht anwesend sind, unsere Lösung vertritt innerhalb des Zielkundens und uns intern weiterverkauft, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier und anstatt dann selbstkritisch zu sein und zu sagen, ich schreibe da jetzt keinen Namen rein, weil ich habe effektiv noch keinen Coach, ich muss den vielleicht noch entwickeln, wird da einfach irgendein Name reingeschrieben und dann hast du halt den Salat und das ist also nur ein wirklich ein kleines Beispiel, aber um es mal plakativ zu machen, was du ja auch damit meinst, Qualität beim Durchexerzieren meiner Opportunities und da sehe ich, wie du noch Aufholbedarf. Absolut, ja und weißt du, du hast halt dann nur einen Coach, du hast halt keinen Champion, du denkst, du hast einen Champion, aber du hast nur einen Coach und darüber reden wir in einer anderen Folge, warum es da einen Unterschied gibt. Jetzt ist es ja schon heute sehr negativ, also wir kotzen uns und es macht mir gerade wirklich sehr viel Spaß. Es muss halt auch mal raus. Mich mal ein bisschen rauszukotzen, aber als wäre es nicht schon negativ genug, jetzt haben wir Symptome beleuchtet und Ursachen beleuchtet und jetzt schauen wir uns mal an, was diese Symptome und Ursachen zu welchen negativen Auswirkungen die eigentlich im Einzelnen noch führen, wenn wir diesen Feature-Function- Shotgun-Approach fahren und das allererste für mich ist, es entsteht absolut gar kein Mehrwert für den Kunden. Also weder inhaltlich entsteht da Mehrwert noch durch die Vertriebspersonen, mit denen der da interagiert, entsteht auch nur irgendeine Art von Mehrwert. Also es ist total waste of time für den Kunden und das ist im Prinzip ja das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du schon einen Touchpoint generiert hast, wie auch immer das dann passiert ist mit dem Ansatz und dann sitzt du da eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, was auch immer und hinterher geht der Kunde raus und also es ist kein Tick besser als vorher und du kriegst es nicht mal mit, weil du dir denkst so, ja ich habe tatsächlich alle Features abgefeuert, war doch super. Ja und der Kunde sagt, ach ja war interessant, wir besprechen das nochmal intern. Und was aber wirklich passiert ist, dass du im Prinzip den Kunden ja dabei alleine lässt, die Denkarbeit selbst zu machen. also diese Abstraktionsfähigkeit von dem, was ich da jetzt gerade gesehen habe, das jetzt auf mein eigenes Business zu mappen und also es ist für uns natürlich in unserem Kopf ist das vielleicht manchmal trivial, weil wir sind ja jeden Tag, den ganzen Tag mit unserer eigenen Softwarelösung beschäftigt, aber der Kunde, der sieht das vielleicht gerade zum ersten Mal, seit fünf Jahren guckt er sich mal eine Softwaredemo ein, weil also guess what, der macht typischerweise was ganz anderes als du so und du unterstellst vielleicht, dass der in der Lage ist, das so schnell auf sein Business zu mappen, aber das ist ein Trugschluss, weil das ist nicht so einfach, wie man denkt, man kann sich mal gerne an seine eigenen Zeiten im Onboarding erinnern, wo man so die Tag eins, Tag zwei bei der neuen Firma war, auch hier konkretes Beispiel, ich komme bei Miro an, mache das Onboarding mit und bin in den ersten drei Stunden schon vollkommen geflasht, was alles mit diesem vermeintlichen nur virtuellen Whiteboard geht, weil da bläst es dir den Kopf weg, was da alles geht so und genau dieses Gefühl haben die Kunden ja, wenn du zum allerersten Mal mit deiner Software ums Eck kommst, ich meine, da gibt es noch andere lustige Spielchen, zeige ich jetzt hier zehn Ansichten, da hast du den Kunden bei der zweiten hast du ihn schon verloren, aber darüber reden wir nach aber worauf ich hinaus will, ist diese Fähigkeit, das auf die eigene Prozesse, auf die eigene Unternehmenskultur, auf die eigene Arbeitsweise zu mappen, ist nicht trivial und natürlich, je besser du vorher arbeitest, desto eher bist du in der Lage, in deinem Talk-Trick das natürlich einzuarbeiten, aber das geht jetzt schon ein zu weit. Absolut, ja und der Kunde kauft ja vielleicht auch deine Lösung gerade zum ersten Mal ein, so der hat keinen Plan, also da muss man ihn abholen und ihm nicht diese Denkarbeit und das Abstrahieren überlassen, so und die nächste negative Auswirkung ist natürlich, wenn diese Symptome und Ursachen alle so zutreffen, du hast ja null Abgrenzung oder Unterscheidung von deinem Wettbewerb, also die machen es ja Gott sei Dank genauso scheiße wie du und die Konsequenz daraus ist, du bist extrem vergleichbar, weil jeder kommt mit den gleichen Features, ja, 360-Grad-Blick, Kalender-Integration, Pipapo, Moon, Me und dann bist du vergleichbar und dann redest du am Ende wieder über den Preis und worüber du nicht reden willst, ist der Preis, also zumindest ist es nicht, zumindest ist es nicht, dass er runtergeht, sondern der Preis ist der Preis und du musst gucken, dass du die Wertigkeit von deiner Leistung dann auch rüberbringst und damit machst du es dir von vornherein kaputt und gleichzeitig, und dann sind wir schon beim nächsten Punkt, führt es dazu, dass deine Sales-Cycle einfach wirklich sinnlos kompliziert und ewig lang werden, weil einfach nichts vorwärts geht, weil der Kunde auch, es fehlt jegliche Grundlage, damit er mal eine vernünftige Entscheidung treffen könnte, außer Preis. Ich nicke und sage Amen, ich nicke und sage Amen. So, und wenn das so ist, was die Konsequenz bei dir intern, da gibt es dann wieder auf dem Deckel im Vorkast-Meeting, weil die Pipeline ist einfach kacke, also sowohl was den Umfang angeht, weil fallen immer mehr Sachen raus, als auch was die Qualität angeht, das ist die traurige Konsequenz und das ist kein geiles Gefühl, also weder für die einzelne Person, noch für den einzelnen Pre-Seller, noch für die Organisation, will natürlich keiner haben. Hashtag Dealslip. So haben wir das jetzt immer genannt, ja, wenn der Deal kam, schon zum dritten Mal verschoben vom Closing-Date und von einem Quartal ins nächste, so und dann sind wir genau bei dem Punkt, dass keine Relevanz dasteht, keine Dringlichkeit und somit natürlich auch kein Wille für irgendwas Geld auszugeben. Ja, so und wenn das so ist mit meiner schlechten Pipeline, dann sind natürlich entsprechend meine Conversions halt auch dementsprechend niedrig und diese ganzen Umsatzpotenziale, die eigentlich da wären, weil natürlich hättest du irgendwo ein Match mit dem, was du zu bieten hättest, wenn du es denn mal vernünftig an den Mann und an die Frau bringen könntest, die bleiben dann ungenutzt, diese Umsatzpotenziale, weil die sind dann weg, weil der andere ist noch einen Euro günstiger, dann geht er zu dem anderen. Ja, genau, und dahinter drunter steckt auch eine extreme, also wie sagt man, in der BWL Opportunity Kosten, weil ich die Zeit verbringe ich ja mit dem Kunden, aber wenn ich die Zeit halt mit dem Kunden so verbringe, dass am Ende der Mehrwert nicht klar ist und der Kunde eben mit der Abstraktionsaufgabe selber alleine gelassen wird, dann ist die Zeit ja trotzdem vergangen. Das heißt, ich habe dann keine Überzeugungsarbeit geleistet, ich habe keinen Hebel, um jetzt den Deal wirklich voranzutreiben und die Zeit ist weg und ich kann sie nie wieder aufholen. Die Zeit hätte ich natürlich entweder mit einem anderen Kunden verbringen können, der viel besser geeignet wäre oder halt mit demselben Kunden, aber halt mit einer starken mehrwertorientierten Argumentation, die dann aber tatsächlich mal zu einer Entscheidung führt. Ja, und das ist ein guter Punkt noch, weil die Leute, die diese Zeit mit deinen Kunden verbringen, das sind ja deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und was bei denen passiert, also was eben auch eine negative Auswirkung von diesem Ansatz ist, ist letztendlich, die Mitarbeiter-Happiness goes down, 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 down. Ja, und irgendwann ist sie am Arsch und dann gehen die weg, dann kündigen die, weil dann haben sie die Schnauze voll und das muss man sich immer bewusst machen und gleichzeitig erst mal eine sehr gute Initiative, sich mit den Mitarbeitenden mal hinzusetzen und mal anfangen, diese Themen zu diskutieren, weil die haben in der Regel ganz gute Ideen, die spüren ja diese negativen Symptome und Ursachen und Auswirkungen sozusagen am eigenen Leib und das könnte mal so das Erste sein, was man tut, sich mal mit den Leuten hinzusetzen, mal zu sagen, lass uns mal hier dieses Bewusstsein schaffen, dass diese Symptome und diese Probleme hier für uns gerade existieren und dass die Auswirkungen wirklich spürbar und nicht angenehm sind und was sind denn die ersten drei Dinge, die wir mal dagegen machen können? Ich bin mir sicher, bei so einem Brainstorming würden ganz, ganz, ganz viele tolle Ideen rauskommen, womit du relativ schnell dieses Thema drehen könntest, ohne, dass da jetzt eine große Strategieberatung stattfinden muss oder, 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 sondern einfach mal sagen, ist echt doof gerade, lass uns mal gemeinsam überlegen, wie wir da rauskommen. Ich bin mir sicher, da kommen ganz, ganz viele Ideen. Ist das jetzt schon der Teaser für Staffel 1, Episode 2, oder? Das ist so ein bisschen der Teaser, weil, also ich, wie gesagt, heute haben wir uns ja schon ziemlich ausgekotzt, aber gehört auch mal dazu und in der zweiten Folge und das ist ganz wichtig, also wir wollen natürlich hier nichts machen, was euch keine Freude bereitet oder was dir, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, keine Freude bereitet. Deswegen lass uns gerne wissen, ob du das hier gut fandest und ob du im zweiten Teil mal gerne wissen willst, wie denn ein anderer Ansatz wäre, der diese, diese Ursachen hier sozusagen mal in Luft auflöst und diese negativen Auswirkungen in was, was Positives verwandelt, weil das wäre genau unser Fokus im zweiten Teil. Wie kann ich es denn angehen, damit es einfach geil wird? So, und um das ganze Zeug, was wir hier heute erzählt haben, noch so ein bisschen zu untermauern, wir haben auch ein paar KPIs rausgeschrieben, die packen wir alle in die Shownotes, alle packen wir in die Shownotes. Ich möchte aber, ich möchte aber einen rausheben und du kannst ja auch gerne einen aussuchen. Es gibt eine sehr schöne Studie, die nennt sich Five Ways the Future of B2B Buying Will Rewrite the Rules of Effective Selling. So, und da gibt es eine Zahl, die besagt, B2B-Einkäufer verbringen nur 17% ihrer kompletten Einkaufs-Journey, also sozusagen des Deal-Cycles mit den Vendoren. Und da muss man dazu sagen, diese 17% verbringen sie nicht nur mit dir, weil da ist ja mehr als ein Vendor drin, also vielleicht so eine typische Ausschreibung, dann schicken sie es mal an fünf Leute, dann kannst du 17 mal durch fünf teilen. Und wenn man sich das bewusst macht, dass ich so, so wenig effektive Zeit habe, die der Kunde mit mir verbringt, dann ist es ja umso absurder, mit dieser Shotgun herauszugehen und ihm mit diesen Features zuzuscheißen. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil die Notizen auf unserem Pad hier sind auf Englisch und du hast es versucht, so on the fly zu übersetzen und hast dann sehr viele Anglizismen verwendet. Aber so ist das halt. Wir sind im Software- und IT-Vertrieb, da wird halt viel mit Englisch gearbeitet. Aber ich finde, das ist eine super Statistik. Das macht auch nochmal klar, wie wichtig es ist, die Zeit, die wenige Zeit, die wir mit dem Kunden haben, so zu verbringen, dass es wirklich eine Wirkung entfaltet. Sowohl für uns eine Entscheidung zu treffen, okay, das ist ein Kunde, der wirklich auf unser Angebot passt und natürlich auch andersrum, dass der Kunde versteht, hey, das, was die dort mitbringen, hat für mich eine geschäftliche Relevanz. So, und ich will das jetzt gar nicht mit einer zweiten KPI verwässern. Ich fand das eine super Sache. Aber ich glaube, eine Sache, die liegt uns jetzt hier auch nochmal am Herzen, um das klarzumachen. Klar, also eine der logischen Konsequenzen, um genau das zu verhindern, was wir heute jetzt hier auseinandergenommen haben für schon über 30 Minuten, ist natürlich eine saubere Qualifizierung und Discovery. Also, wir sind uns da an der Stelle einig, Exzellente Discovery ist die Basis für Erfolg im Softwarevertrieb. Und da haben wir eine gute Nachricht, die wir mit euch teilen möchten. Wir haben nämlich ab Januar startet unser Discovery Dojo. Das ist das Presets-Training für Discovery Excellence. Und Details zum Dojo findest du auf serockstars.com slash discovery. Also, um da noch mehr zu erfahren, trage ich da gerne unverbindlich in die Warteliste ein. Link natürlich auch in den Show Notes. So sieht's aus. So, und das war für dich Presets Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb mit Tim und mit mir, Jan. Schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.